Die Bilder verändern sich, die uns über YouTube und andere Kanäle erreichen. Wie steht es mit der Gewaltlosigkeit im gesellschaftlichen Diskurs, auf Demonstrationen und so weiter? Und ich bin sehr froh, dass der Andreas Beutel wieder hier ist, um mit mir dieses Thema Gewaltlosigkeit in diesen Zeiten zu sprechen, im Rahmen der Horizonte des Herzens auf NeueHorizonteTV, wo ich euch herzlich willkommen heiße. Und jetzt geht's los. Hallo Andreas. Hallo Götz. Ich danke dir, dass du den Weg von Dresden hierher gefunden hast. Wir haben auch genügend Abstand voneinander. Ja, wir erleben jetzt im Moment eine kritische Phase. Da sind Menschen mit Blumen auf Polizisten zugegangen. Und, und, und. Und jetzt bekommen wir andere Bilder. Sind wir an so eine entscheidende Phase angelangt? Ja, aber das hätte ich vor zwei Monaten auch schon gesagt. Also, ein Stück weit könnte man sagen, es steigert sich noch mehr. Es ist, wir haben ja, glaube ich, mal über Wandlungsprozesse gesprochen. Also wie, wie findet eine Wandlung statt? Und im Moment fährt das Alte seine Krallen aus und zeigt sich nochmal richtig. Der Volksmund sagt immer, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja. Also, nichts ist für ewig. Ja, irgendwann muss es kaputt gehen. Und das ist hier ganz genau so. Oder als DDR-Bürger, ehemaliger oder im Herzen ein Stück weit, sieht man, was hier für Prozesse laufen. Und scherzhaft kann man eine Strichliste führen und sagen, Grenzen zu haben wir, Polizeigewalt haben wir, Verfolgung Andersdenkende haben wir und so weiter. Das ist also sehr, sehr ähnlich. Aber man steht auch ein Stück da und denkt, wow, dass man es noch so weit steigern kann. Wow, noch eine Schippe drauf. Das muss doch irgendwann mal krachen. Also, krachen im Sinne von kaputt gehen. Das ist ja einer der Gründe, warum ich diese Sendung gewählt habe oder den Titel für die Sendung. Weil ich so beobachte, was für Diskussionen laufen. Das ist ja immer die Frage, wie wirksam, oder wie erschafft man Wirksamkeit, wenn ein Teil des Volkes sagt, nee, das ist aber jetzt der falsche Weg. Wie erschafft dieser Teil einen anderen Weg? Und dann gibt es also relativ große Demonstrationen, die auch schon die fünfstellige oder sechsstellige Bereiche erzeugen. Und dann gibt es Stimmen, die sagen, ja, siehst du, ihr habt wieder nichts geschafft. Wieder nichts erreicht. Guck, wie die Polizei auf euch einschlägt. Ihr müsst jetzt, ihr müsst zu anderen Mitteln greifen, ihr müsst über Rennen oder sowas. Und ich bin der Meinung, dass das, also das ist ein gefährlicher Punkt, sozusagen, wo die ganze Bewegung auch kippen kann. Und deswegen wollte ich darauf noch mal eingehen, dass wir das rausarbeiten, dass es nicht die Frage ist zwischen Gewalt oder Nicht-Gewalt oder so, sondern dass es noch eine andere Ebene gibt. Wir nennen es erst mal Gewalt, dass Handlung erst gut ist oder stattfinden kann, wenn man in einer ganz anderen Intention rangeht. Und dass das wichtig ist, dass das noch ins Bewusstsein kommt, mit einem anderen Bewusstsein in die Begegnung mit dem Gegenüber zu gehen. Ja, wir wissen alle noch nicht, wo es hingeht. Wir müssen nur so ganz nicht weitergehen. Und das verschärft sich natürlich. Ja, jetzt werden die Impfzentren aufgebaut und die Logistik wird ausgefahren und die Bundeswehr ist schon im Inland im Einsatz, wo bei jedem eigentlich die Alarmglocken klingeln müssten. Und komischerweise immer noch 90 Prozent der Bevölkerung schlafen. Aber das kann ja nicht ewig gehen. Irgendwas muss passieren. Und an der Stelle stehen wir gerade und ich glaube, das ist einfach gut und interessant für viele, die auch selber zweifeln. Was ist denn nun der richtige Weg? Nochmal eine Perspektive zu nehmen, um einfach uns den Luxus gönnen, von außen drauf zu schauen, mit weiter weg und zu sagen, na, guck mal, das und das passiert. Das sind Prozesse, die bei einer Wandlung stattfinden. Und das sind die Dynamiken. Das passiert in der Psyche, das passiert im Körper. Und dort muss man aufpassen an der Stelle. Also ich habe jetzt jüngst mit jemandem gesprochen, der als 18-Jähriger bei der Stasi war und von ihr den Auftrag bekam, in zivile Kleidung bei Demonstrationen halt die Polizei zu provozieren. Das heißt, die Frage ist ja, wem nutzt Gewalt? Die ist doch, die ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Es nützt dem alten System, weil sie ja, guck, die sind gewalttätig. Vielleicht, also, was da noch alles so dranhängt, Nazis und so, da haben wir ja alles da. Das ist schon ewig ein altbewährtes Mittel von, sagen wir mal, Herrschaftssystemen ist, den sogenannten Angeant-Provocateur, also Leute vom Verfassungsschutz oder sonst was oder von der Zivilpolizei einzuschleusen, um bestimmte Szenarien zu kreieren, die dann dazu führen, die Gesetze oder Verordnung noch schärfer zu formulieren. Aber wir sind in einer einmaligen Situation, weil wir jetzt die Kameras haben, weil jetzt gerade auch von den letzten Demonstrationen in Leipzig die Bilder geliefert werden, wie die Polizei Truppen abschirmt, die da reingehen in die Demonstrationen oder wie die teilweise in einheitlicher Kleidung und richtig militärisch organisiert mit Kommandos, wie sie sich da zusammenbleiben und so weiter, wo du denkst, wo kommen die denn her, wo haben die denn das gelernt? Und dann produzieren sie diese Bilder, die gewünscht werden oder die die Presse halt haben will. Und das ist, naja, erschreckend, aber es ist auch ein Stück ein Schauspiel, um das allen zu zeigen. Guck mal, so läuft das. Und so ist es seit Jahrhunderten, glaube ich. Ja, das, als DDR-Bürger gab es am Anfang so, ist das Volk auf die Straße gegangen und hat gesagt, wir sind das Volk. Und irgendwann kippte das und das Volk hat gerufen, wir sind ein Volk. Wo kamen die her, die das gerufen haben? Weil das Erste, jetzt mal aus meiner bescheidenen Wahrnehmung, war eher so ein Impuls, wir stoppen die DDR und wir halten mal inne und dann gehen wir als gleichwertiger Partner auf die BRD zu und dann gucken wir, was in der Vereinigung, also wir nehmen das Beste aus beiden Systemen. Ob das möglich gewesen wäre, ist eine ganz andere Frage. Man kann auch sagen, es war der Impuls des Momentes, der dazu geführt hat, man hätte die Wiedervereinigung später nicht machen können oder so. Aber es war so ein Wandel, wo ich im Rückblick sage, irgendwas ist komisch an der Stelle. Das war nicht unbedingt die Urqualität, die ich da gefühlt habe oder die ich wahrgenommen habe. Und letzten Endes hast du in jeder Revolution oder auch in der Kriegsführung immer den Agenten oder Sender Gleiwitz und was es da alles gibt, um eben einen Impuls zu schaffen, damit du das dann in die Gegenrichtung verkehren kannst. Und aber eine schöne Sicht ist, dass sich dann eben die Demonstrationen dahin entwickelt haben, jetzt seit, keine Fahnen, keine Transparente, sondern einfach nur Präsenz zu zeigen. Und dann fällt nämlich jemand auf, der eine Fahne auspackt. Und dann gibt es wieder die Aufnahmen, Fernsehteam, wir haben nichts zu filmen, komm, wir holen mal schnell eine raus und schwenken die mal und dann stehen von allen Seiten die Kameras und machen ihre Bilder und dann geht das wieder durch die Presse. Aber das sind ja die äußeren Phänomene. Und ich würde, glaube ich, mal eine Etage tiefer gehen. Wo kommt denn, also wo kommt Gewalt her? Das ist ja eine interessante Frage. Wir haben... Als Kind haben wir sie. Genau, als Kind. Also ich erlebe es an meiner Tochter. Die haben eine Bude und bauen sich ihre Bude, die Mädchen, und dann kommen die Jungs und machen die Bude kaputt. Ja, und dann also meine Tochter. Ja, und das ist total blöd. Ich muss jetzt das und das mitnehmen, um denen das heimzuzahlen. Und dann beginnt nämlich der Krieg der Knöpfe, dass Kinder sich gegenseitig bekriegen und sich das eigentlich hochschaukelt und mehr Verletzung entsteht als ohne Krieg. Und dass man lernen muss, so einen Widerspruch, also so eine Konfrontation auszuhalten. Und dass es möglicherweise einen dritten Weg gibt, einen anderen Weg. Aber ein Stück weit ist das natürlich in uns drinnen. Also in unseren Genen oder im Stammhörn, Revier verteidigen und, und, und. Bei den Kindern sieht man das schon. Mein Eindruck ist, dass in diesen Zeiten tatsächlich die alten Ohnmachtsgefühle, zumindest was unser Alter angeht, die alten Ohnmachtsgefühle, die wir gegenüber unseren Eltern hatten. Also, was weiß ich, geschlagen zu werden, eingesperrt zu werden, ins Bett geschickt zu werden und, und, und. Also, wir haben keine Macht, dem etwas entgegenzusetzen. Wir müssen es sozusagen erdulden und haben natürlich aller möglichen Strategien entwickelt, brav zu sein oder dem zuvor zu kommen, damit das ja nicht geschieht. Und auf diesem Klavier wird gerade gespielt, aus meiner Sicht. Auf diesem Kind heiz ich, Vater Staat, Mama Merkel, Mutterkirche gibt es ja nicht mehr. Aber Muttersprache. Ja, bitte, Muttersprache, Gezügel anziehen, Straf bestrafen. Wer hat uns bestraft? Das waren unsere Eltern. Niemand andere hat, oder der Lehrer. Also, sogenannte Respektspersonen oder Autoritätspersonen haben uns bestraft als Kinder. Und wir haben, wie gesagt, alles versucht, um nicht bestraft zu werden. Oder, wenn wir gar keine Aufmerksamkeit bekommen haben, dann haben wir irgendwas gemacht. Damit wir bestraft werden. Genau, damit wir wenigstens wahrgenommen werden, oder so. Oder auch, damit wir uns selber wahrnehmen. Also, wenn du so oft geprügelt wirst, dass du dich selber nicht mehr spüren kannst, entweder du fügst dir selber Schmerzen zu, oder du lässt dir Schmerzen zufügen, damit du dich wieder spürst. Aber damit du den Schmerz spürst. Du spürst nicht das eigentliche Ich. Das Ritzen oder Sadomaso oder solche Sachen. Würdest du mir recht geben, jetzt ist das so eine schöne Suggestivfrage, dass jetzt, also wenn wir das Thema Gewaltlosigkeit haben, diese Emotionalität. Wir kommen in Emotionen und begreifen gar nicht, dass das uralte Emotionen sind. Uralte. Die sozusagen eigentlich nur darauf warten, von uns endlich gefühlt und dadurch integriert und befreit zu werden. Aber wir packen es oder projizieren es auf, ja, Vater Staat, Mutter Merkel oder Muttersprache, wie auch immer. Die Institutionen da draußen werden immer ärgerlicher, weil die es immer mehr einschränken, die die Freiheit. Also ein Stück weit, ja, sie provozieren natürlich auch. Also es gab bei der Corona-Info-Tour mit den Bussen, gab es die Situation, dass sie nach Hamburg gefahren sind und da stehen schon drei Wasserwerfer und ein Räumpanzer. Räumpanzer sogar? Ja. Okay. Für wen sind die denn da? Ach, nur für die Antifa. Und dann packen die ihren Bus, fangen an zu reden und dann fahren die Wasserwerfer vor mit Blaulicht, Kanonen ausgerichtet auf die Menge, nicht auf die Antifa, sondern auf die Menge, die vor dem Bus steht, um die Maskenpflicht und den Abstand durchzusetzen. Und das ist ja eine unfassbare Provokation. Wie generell, also die ganze Polizeipräsenz ist ja auch immer ein Stück Provokation oder eben eine Machtdemonstration. Dass der Vater sagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, dann brauchst du gar nicht weiterreden. Wir sind so gut programmiert und das ist ja, das ist immer noch da. Also ein Stück sind es alte Gefühle, die da hochkommen natürlich, die da provoziert, angetriggert werden. Aber wir können eben auch, und das ist das, was ich meine, wo jeder für sich arbeiten kann. Es findet ein Krieg statt. Nicht im Außen, also nicht im Sinne von Panzern, die fahren, sondern es findet ein Krieg um dein Bewusstsein statt. Und wenn du Gewalt mit Gewalt beantwortest oder Emotionen mit Gewalt, kämpft die eine Gehirnhälfte gegen die andere. Und wenn du aber aussteigst aus dieser Spirale oder aus diesem Kampf, öffnet sich ein Tor mit einer ganz anderen Sichtweise. Und das ist mir wichtig, das zu sagen, das ist nicht Wischiwaschi, nicht Seicht oder so, sondern das ist was ganz Greifbares. Nur du musst die Entscheidung treffen. Du musst anders herantreten an die Situation, anders damit umgehen. Auch wenn es dich wütend macht, auch wenn es dich innerlich kochen lässt und du explodieren könntest. Aber Explosion hat noch nie ein Haus zusammengebaut. Oder einen Roman geschrieben. Das bringt nichts. Das geht nur im Konstruktiven. Und das ist, also der, ein Stück findet der Kampf in dir selber statt. Lässt du ihn hinein, lässt du ihn nicht hinein. Und wenn du ihn nicht hinein lässt, schaffst du den Raum in dir, wo du eine Kraft findest, einen anderen Pol zu setzen, eine andere Richtung zu geben. Nicht in die Pol, sondern in eine andere Richtung. Ich meine Gewalt, wir haben jetzt Gewalt in Bezug auf physische Gewalt. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, auch in Richtung sprachlicher Gewalt. Ich würde es strukturelle Gewalt nennen. Oder strukturelle? Also wenn man eine Talkshow sieht und ein Politiker sagt, das ist unannehmbar, diese Radikalen und Gewalttäter und so weiter. Aber als sensibler Mensch, wenn ein Brief kommt, Sie haben Ihr Kind zu separieren von der Familie oder wenn der GEZ-Gerichtsvollzieher schreibt, das ist Dienst am Gemeinwohl, wenn Sie den Beitrag bezahlen. Wenn Sie nicht, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie liegen. Das ist ja strukturelle Gewalt. Und natürlich auch sprachliche Gewalt. Es ist nur ein Platt Papier und du liest das und es macht was mit dir. Das ist also Magie, Gewalt und das ist genauso drin. Oder eben auch teilweise Verkehrung der Hierarchien. Eigentlich ist doch so, der Mensch ist frei. Punkt. Nichts anderes. Der ist frei. Aber wir haben die Macht abgegeben an die Gesellschaft oder an den Staat. Irgendein Politiker hat jetzt gesagt, der Staat muss klar machen, dass er das Gewaltmonopol hat. Ja, und das ist ja, das ist per se schon, also eine Verdrehung und eine... Eine Gewalt geht vom Völker aus, das steht. Genau. Und die haben das so gedeutet, ja, das Volk ist weggegangen vom Volk, aber das Volk muss eigentlich die Gewalt, also die Macht bei sich behalten. Und eigentlich müsste das Volk aufpassen und denen auf die Finger klopfen und so weiter. Das Wort Gewalt ist ja, wir haben das jetzt auf Aggressivität oder so, gewaltig, ja. Ja, dass alle Gewalt geht vom Volk aus. Dieser Schriftzug ist ja, oder dieser Satz ist ja nicht so gemeint, dass wir ein gewalttätiges Volk haben. Sondern es geht um Macht, Selbstermächtigung. Und ich habe neulich bei mir am Facebook gesagt, es ist an der Zeit, dass das Volk sich selbst ermächtigt wieder. Und ich selber auch. Und da wurde mir also als übelst, als antidemokratisch, ja, obwohl Demokratie heißt, das Volk herrscht, Demos, das Volk, Kratien herrschen, wurde ich als antidemokratisch bezeichnet. Also, dass wir auch eine Gewalt in der Sprache haben, auch unter Facebook-Freunden oder Menschen, die wir kennen, wo Themen wie Impfen, extrem, ja, da wird ja ganz schnell gesagt, Impfen ist Solidarität, Abstand ist Solidarität, nicht besuchen ist Solidarität. All diese vertretenen Sachen, ja. Die alten Isolieren ist Solidarität, also Neusprech. Genau. Ja, wie 1984, Neusprech, 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 alles auf den Kopf gestellt. Krieg ist Frieden, Unsicherheit ist und so weiter. Genau, also, dass wir in der Sprache schon ein so gewalttätiges Potenzial haben und dass das sozusagen jetzt bis in die Familien, das, was ich gehört habe, wie viele Familien sind, was heißt auseinandergebrochen, aber gespalten. Ja, gespalten, weil, was weiß ich, die Kinder, den Eltern ihre Kinder, also die Enkel vorenthalten, sie könnten ja in Gefahr geraten. Aber da siehst du schon eine Wirkung von Gewaltlosigkeit, nämlich, also der Staat, man kann jetzt sagen Brockdorf und Stadtbahn West und so, da hast du den Polizeistaat schon gesehen und wenn du sensibel warst, hast du ihn auch sonst schon so gesehen. Aber für viele ist das eine neue Erfahrung, zu sehen, wie der Staat auf sie pfeift. Wer auch immer der Staat ist. Ja, das haben sich ja viele nicht vorstellen können. Wenn du das früher gesagt hast, aber ich erlebe das schon, ich kann über bestimmte Themen nicht in der Öffentlichkeit reden oder nicht in Talkshows, weil die wollen das nicht. Das war für viele nicht klar und jetzt sehen sie das. Und eine der Wirkungen von Gewaltlosigkeit ist, ich kann mich auf den Boden stellen schreien, ich kann auf jemand anderes einschlagen und so weiter, was aber als Bild bleibt, der hat angefangen zu schlagen, der ist schuld. Das ist kein Wunder, wenn die Polizei einen kreift. Aber jetzt, wenn du es schaffst, eine gewisse Menge an Menschen hinzustellen, die einfach nur dastehen und vielleicht noch rufen Frieden, Freiheit, Demokratie, dann halten sie der Gesellschaft einen Spiegel vor. Und du siehst, wie den anderen das Gesicht entgleist, wie sie ihre Maske fallen lassen. Und dann kommt diese sprachliche, erst die sprachliche Gewalt und dann kommt die physische Gewalt. Und dann siehst du, also das ist eben, das meine ich, mit Gewaltlosigkeit hat eine Kraft. Du stehst einfach nur da und der andere offenbart sich. Du offenbarst ihn nicht, indem du ihn anstupst und an Prügel einsteckst und sagst, guck mal, der ist gewalttätig. Dann sagt der andere, ja, du hast ja angefangen mit Gewalt. Wenn du aber nur da stehst und er fühlt sich so gesehen provoziert, dass er Gewalt auspackt, dann kannst du sagen, guck mal, siehst du das? Da ist es. Dort ist die Fratze. Also nur die Präsenz alleine macht was. Ja, wobei wir jetzt natürlich von Straßensituationen, ein Politiker lässt sich ja mittlerweile gar nicht mehr auf der Straße sehen. Aber selbst das war ja interessant. Also die Aufforderung, gehen Sie durch die Tunnel bitte in den Bundestag. Wie sehr die sich abgeschottet haben. Im Bundestag? Ja, ja. Oder sogar höhnisch gelacht haben, als die da im Regen standen. Also dass eine Begegnung zwischen den Politikern, die ja von unseren Steuergeldern bezahlt werden, also in unserem Auftrag eigentlich was handeln sollen, sich so weit abgekoppelt haben, dass sie das Volk gar nicht mehr wahrnehmen und überhaupt keine Begung. Also ist die Polizei dazwischen. Die Polizei ist aber auch, ist doch auch Teil des Volkes. Nein, die sind ja gekauft. Die sind durch Eide aus der menschlichen Rolle rausgenommen und dann mit Krediten, mit Vergünstigungen, mit Beamtenstatus, Rente. Und teilweise haben sie Berufe, wo sie nichts sein können. Und das wird ihnen auch gesagt, wenn du rausgehst aus der Polizei, du wirst keine Arbeit finden. So, dass die so in dem System sind, dass sie sich erstmal nicht mehr raustrauen. Obwohl ich mit einem Polizisten gesprochen habe, der andere anleitet, dass die eigentlich ziemlich die Schnauze voll haben. Ja, aber sie müssten schon viel eher aufstehen. Aber sie tun es nicht oder sie sehen es nicht. Wo beginnt Gewalt gegen einen anderen? Indem ich ihn entmenschliche. Wenn ich sage, du bist ein Mensch, dann stellen wir uns auf eine Ebene. Wenn ich aber jetzt sage, du bist ein Linker, du bist ein Rechter, du bist ein AfDler oder was auch immer, dann schiebe ich dich in irgendeine Schublade. In Menschen darf ich nicht schlagen. Aber einen AfDler, den kann man schlagen. Oder einen Linken. Oder ein Nazi. Oder ein Nazi. Ja, ja. So wie die Entmenschlichung. Die Entmenschlichung beginnt an der Stelle. Und jetzt in dem Fall die Entvolkung. Also das Volk, die Macht geht vom Volk aus. Das ist ja, die Grundrechte in der Verfassung stehen drinne oder wurden reingeschrieben. Mit Widerstandsparagraph, dass das Volk jederzeit immer die Möglichkeit haben muss, sich die Macht wiederzuholen. Jetzt steht aber das Volk da und es besteht die Gefahr, dass die Legitimation zusammenbricht von dem Staat. Dann müssen wir das Volk, also Entmenschlichen in dem Sinne, entfolgen. Zu sagen, das ist der Pöbel, das ist der Abschaum, das ist der Mob und so weiter. Also wir haben damals Anfang dieses Jahres, als wir die ersten Demonstrationen hier in Leipzig angefangen haben, haben wir die Polizei als Mitmenschen in Uniform betrachtet. Und das auch so gelebt. Und sie haben uns versprochen, uns gegen die Antifa zu schützen. Oder gegen andere, die da uns sofort als, also Zwangsimpfung, was sie da alles draufgeschrieben haben, also drumherum. Wenn ich Jesus richtig verstehe oder verstanden habe, dann ist es an jedem Menschen, in dem anderen, durch die Uniform hindurch, durch die Eide, Verträge oder sonst was hindurch, was ja eigentlich für mich Schall und Rauch ist, den Menschen zu sehen. Den beseelten oder die beseelte Schwester, die da austreten aus der Rolle. Ja, also dass ich in dem anderen immer, immer den Menschen sehe. Ja, so wie Der Herr vom anderen Stern. Ja, genau. Ja, wunderbarer Film. Immer wieder kann ich ihn zitieren. Mit Heinz Röhmann. Mit Heinz Röhmann 1948 gedreht. Der gleiche Jahrgang, wo 1984 rausgekommen ist. Sehr spannende Zeit muss das gewesen sein. Wo er sagt so, wie heißen Sie? Bei uns heißt man nicht. Bei uns ist man. Ja, und wie gefährlich sozusagen es für das System ist, wenn ein Mensch sich seines Menschseins bewusst wird. Abgesehen davon, wozu er fähig ist. Wozu er fähig ist. Und ich will noch einen anderen Gedanken reinbringen. Ja. Und zwar, also Kampf funktioniert ja immer mit Polarität. Gut, böse und so weiter. Und die Polizei hat die Polarität im Namen. Stimmt. Ja, ja. Die sind Vertreter eines Poles. Ja. Und wenn sie ihre Rüstung anziehen und dann treten diese Kampfroboter auf, dann sind das auch erstmal, also die drücken dich fast automatisch, oder versuchen sie es zumindest, dich in die untergebene Position zu drücken. Und du bist halt programmiert. Ja, hier ist mein Ausweis. Und gehst auf das Spiel ein. Und dort musst du das sozusagen erkennen und einen Schritt zurücktreten und auf eine andere Ebene. Es gibt ein schönes Video. Ich glaube, ich habe das geschickt. Die Polizei schiebt Menschen zurück und der eine steht da und sagt, wie fühlen sie sich jetzt? Weil er geht raus aus diesem polaren Spiel und geht auf die menschliche Ebene. Wie fühlst du dich jetzt? Ja. Wie fühlst du dich, wenn du das tust? Fühlst du mein Herz? Und wie fühlst du dein Herz? Und die Polizistin, die drückt ihm auf die Brust, um ihn wegzuschieben und er sagt, du hast mein Herz angefasst. Wie fühlt sich das an? Und das geht eine Minute und dann lässt die Frau sich auswechseln und geht weg, weil sie es nicht aushält. Ja. Er hat nicht, du dumme Sau und zurückgeschlagen. Also die werden ja wirklich übergriffig. Und wenn du das, manche Situationen siehst, wie die Polizei jemand wegträgt und dann hörst du in der Polizeimeldung, ja, er hat getreten und er hat den Polizisten in die Hand gebissen und dies und jenes. Und du denkst, also A, was seid ihr für Memmen, dass ihr euch wegen solcher Lappalien aufregt? Und, aber es gibt denen eben eine Legitimation und der Mann geht aber komplett raus aus dem Spiel. Er macht nichts, er spricht sie nur an. Wie fühlst du dich, wenn du das jetzt tust? Genau, was macht den Menschen aus? Das Mitgefühl, das Fühlen. Ja. Und das bringt nichts, weiterzukämpfen. Das bringt nichts, mit Gewalt auf Gewalt zu antworten. Oder stell dir vor, wir würden es schaffen, das System zu stürzen, wenn wir mal alle Polizisten verprügelt hätten, totgeschlagen oder, weißt du, die Straßen voller Blut und dann willst du eine liebevolle Gesellschaft drauf ausgucken. Schön auf Blut, ja klar. Das bringt nichts. Du kannst nur das andere Vorleben, Wege finden in der Demonstration oder in der Präsenz, immer wieder das Menschsein betonen, die Liebe betonen, die Herzlichkeit betonen, rausgehen aus der Rolle der Polarität, um ein Tor zu öffnen zu etwas anderem. Das ist so, in meiner Bildersprache, wenn du die linke Gehirnhälfte hast, die rechte Gehirnhälfte oder die linken und die rechten, dann gibt es die Mitte und die Mitte ist vielleicht nur einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter, also ein ganz schmaler Grad, der ganz schwer zu halten ist, aber wenn du da drinnen bist, ist da ein Tor und wenn du da durchgehst, dann öffnet sich eine andere Welt, wo ganz andere Handlungsmöglichkeiten sind. Und du darfst rausgehen aus, eben aus dieser Logik der Gewalt. Ja. Und ich möchte auch nochmal einen anderen Begriff einbringen. Wir haben das ja jetzt Gewaltlosigkeit genannt oder uns unter den Begriff der Gewaltlosigkeit gestellt, aber Gewaltlosigkeit ist nichts Eigenes. Das ist nur die Abwesenheit von Gewalt. Ja. Das ist wie, Nicht-Dunkelheit ist nicht Licht. Also Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht, aber Nicht-Dunkelheit ist nicht automatisch Licht. Nicht automatisch Licht, sondern Licht ist eine eigenständige Kraft. Und in dem Sinne, was ja sehr oft kommt bei Gewaltlosigkeit, ist ja Gandhi, wo man sagt, der hat es vorgelebt. Und es gibt einen Mann, der hat da ganz viel geforscht, Martin Arnold, und gesagt, das ist falsch übersetzt, weil Gandhi ein eigenes Wort genommen hat. Und das ist im Deutschen meist mit Gewaltlosigkeit übersetzt. Und er sagt, es gibt aber kein Wort dafür. Und er hat überlegt und ein eigenes Wort geschaffen. Okay. Und das Wort heißt Gütekraft. Gütekraft, ja. Also die Kraft des Guten. Ja. Wissen Sie nochmal? Kraft des Guten. Güte, das geht für mich noch viel, viel weiter, obwohl Gut und Gott und Güte gleiche Wort stammen. Aber durch das gute Handeln, nicht das Gutmenschen sein, sondern das gute Handeln, entsteht eine eigene Kraft. Also da zu stehen und zu sagen, ich spiele dieses Spiel nicht mit, entfaltet eine andere Kraft. Entweder du bist in der polaren Logik oder du bist in der Logik des Herzens, des Fühlens, des Ausgleichs, des im Zusammenhang Denken, wo etwas Neues entsteht. Polar ist mein Standpunkt gegen deinen Standpunkt. Und ich breche das auf, wenn ich sage, wie fühlst du dich? Ich fühle mit dir mit. Ich öffne meine Wahrnehmung für dein Fühlen. Dass ich verstehe, warum stehst du jetzt auf dieser Position? Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Warum bist du der Meinung, dass Corona fähig ist? Warum bist du der Meinung, dass Maske falsch ist? Oder, oder, oder? Das ist natürlich die Frage, bei schwer traumatisierten Wesen ist ja gänzlich das Gefühl abgeschaltet. Und trotzdem kommt bei mir der Gedanke, und trotzdem ist die Frage, gut, wie fühlst du dich? Weil dann diesem Gefühlskalten überhaupt erst mal seine Gefühlskälte bewusst wird. Oder werden kann. Ja, oder werden kann. Ja, weil als ich mich ein bisschen mit 9-11 beschäftigt habe, als eingehender beschäftigt, konnte mir das nicht vorstellen, dass Menschen das befehlen. Und dann über Eyes Wide Shut diesen Film mir klar zu werden, das müssen schwer traumatisierte, und zwar gezielt schwer traumatisierte Wesen sein, die jegliches Gefühl abgepanzert haben. Und trotzdem, ja, die Frage, wie fühlst du dich? Was fühlst du jetzt? Was fühlst du jetzt, indem du das tust? Kann man das auch einer KI stellen? Weil es gibt Stimmen, wenn ich die Pelosi da in einem Interview, mittendrin im Interview, schönen guten Morgen, es ist Sonntagmorgen oder so, mitten im Interview, wie ein Reset, wie ein Roboter. Ist das überhaupt ein Mensch? Also, wissen wir, wie weit die KI... Wir wissen es nicht, aber es gibt ja schon Hinweise drauf, dass es Bio-Roboter gibt. Ja. Oder dass die Möglichkeit besteht. Und wenn es nur Programmierte sind, aber die gibt es. Der Film Sie leben? Ja, der ist legendär. Legendär da, in der Richtung. Wie du schon sagst, also Programmierte, Schwertraumatisierte. Du kommst ja in die Politik, in die höheren Positionen, kommst du ja nur durch einen Auswahlprozess. Der beginnt in den Jugendorganisationen oder bei anderen kleinen Bünden, wo geguckt wird, wer ist denn hier karrieregeil, wer ist willig, sozusagen Geld zu machen. Und der wird dann mit kleinen Gefälligkeiten langsam hochgehievt und immer weiter eingewickelt. Es gab mal einen Fotografen, der hat, glaube ich, ein Buch gemacht, Bilder der Macht, wo der zum Beispiel Angela Merkel so alle fünf Jahre oder so fotografiert hat oder jedes Jahr oder Schäuble und die ganzen Politiker, wie sie begonnen haben am Anfang der Karriere und dann am Schluss oder eben, wie sie sich das entwickelt hat, wo man an den Gesichtern sieht, wie das verfestigt wird und verstrengt wird. Also Jugendfotos von Hillary Clinton zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast und an der Anfangszeit ihrer Anwaltskarriere, da denkst du, ja, nette, hübsche Frau. Und das, was heute da rumläuft, das ist schon ein bisschen gruselig teilweise. Ja, und wenn du, also bei der Frage, was passiert, wenn ich das einer KI stelle? Vielleicht geht der Chip dann in Flammen auf, wenn du ihn oft genug fragst. Also du darfst natürlich auch, also du musst deiner Position sicher sein, dass es etwas anderes gibt. Du darfst nicht wieder in den Zweifel geraten. Der Zweifel als Fall in die Zwei, also als Zweifel könnte man sagen, der Polfall, ich fall wieder zurück in die Polarität, sondern ich bleibe in der Einheit, ich fühle mit dir und ich frage dich, wie fühlst du? Und zwar nicht aus der moralischen Überlegenheit. Nicht aus der moralischen, sondern wirklich fühlen. Also ich fühle mein Herz und dann den anderen fragen, wie fühlst du dich? Und möglicherweise sogar dem anderen anbieten, wie ist meine Gefühlsperspektive? Ich fühle gerade das und das. Ich bin traurig, ich bin erschüttert, ich fühle mich bedroht von dir. Das ist ja gewaltfreie Kommunikation. Ich rede von mir, ich rede ganz von meiner Sicht. Einer der wichtigsten Grundsätze der gewaltfreien Kommunikation. In dem Moment, wo ich sage, du hast dein Herz verraten, du musst doch was fühlen, greife ich den anderen an. Wenn ich ihm aber anbiete, wie fühlst du dich, frage ich ihn. Also öffne ich ihm einen Raum und dann muss er sich positionieren. Und da würde ich sagen, am authentischsten kann ich diese Frage erst dann stellen, wenn ich sie mir selber gestellt habe. Natürlich. Also sprich, ob ich in mir diese Bereitschaft entwickelt habe, mich selber zu fühlen. Ja. Also in dem Sinne auch mich als Kind zu fühlen, weil das habe ich also reihenweise um mich herum und durch, also auch selber in den letzten Wochen erfahren, was ich schon lange bearbeitet glaubte. Letzten Endes muss es gefühlt werden. Genau. Verstehen haben wir das alle, aber es muss verfühlt werden. Ja, also das meine ich. Wenn ich dem anderen sage, wie fühlst du dich, dann kann ich das authentischer bringen, wenn ich vorher mir diese Frage immer wieder selber gestellt habe. Und wer fühlt jetzt gerade? Ja. Ist es der Erwachsene oder ist es das Kind? Und wenn ich sage, ich fühle mich machtlos, ich fühle mich bedroht und ich sage das nur aus irgendwelchen Gedanken heraus, ist es was anderes, als wenn ich das wirklich fühle. Das ist wie ein Liebesgeständnis, wo man sagt, ich liebe dich, aber da ist kein Gefühl dahinter. Aber wenn man jetzt sagt, ich liebe dich und ich meine das und ich fühle das und das kommt mit deinem ganzen Wesen rüber, dann ist das ja, das ist eine ganz andere Kraft. Das ist das, was ich meine mit, es ist eine eigenständige Kraft, wirklich eben fühlen zu bleiben, aus der Polarität rauszugehen und authentisch zu sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht verlieren oder dass wir diesen Punkt entwickeln, entfalten und immer wieder suchen, in jeglicher Konfrontation, in jeglicher Situation, wo Meinungen aufeinanderstoßen. Ja, oder überhaupt nicht, innen wie außen, haben wir ja in den hermetischen Gesetzen. Solange ich sozusagen Anteile in mir habe, die ich bekämpfe, werde ich nach Projektionsflächen da draußen suchen. Ja, wenn ich sie aber aus der Polarität heraustretend betrachte und fühle, dass sie, ja, sie gehören zu mir, sie gehören zu mir, auch wenn ich sie jetzt damit keinen Blumentopf gewinnen könnte, ja, wenn ich sie sozusagen nach außen trage. Aber diesen Kampf in sich aufzugeben. Genau. Oder wenn ich eben, ich muss nicht die Konfrontation mit dir gewinnen, um meine Unsicherheit zu überdecken, sondern ich habe meine innere Stabilität gefunden. Und aus meiner inneren Stabilität heraus kann ich sagen, das fühlt sich gerade so an, als wolltest du mich aus meiner Stabilität herausbringen. Das ist ja völlig legitim. Das ist nicht, also, nicht jede Gewalt, die uns gegenüber tritt, haben wir erschaffen. Oder haben wir zugelassen. Erst wenn wir nicht reagieren, dann lassen wir sie zu. Dann treten wir in eine neue Schleife ein. Aber authentisch sein heißt eben hier und jetzt, dem, was mir jetzt begegnet, das zu benennen und aufzudecken und zu sagen, nee, das geht gerade nicht, das Spiel mit mir. Ich bin da nicht dabei. Und es ist eben eine eigenständige Kraft, wenn du dort eintrittst. Und stell dir vor, ganz viele Menschen, wir haben über Kohärenz gesprochen, ganz viele Menschen sind kohärent in dem Gefühl, die streiten nicht mehr, ja, mit denen dürfen wir nicht demonstrieren und so weiter, sondern wir sind jetzt hier für Menschenrechte, für Freiheit und sie sind in einem Gefühl, in einem gemeinsamen, dann tut sich manchmal ein Tor auf, was vorher nicht sichtbar war. Eben der erste Polizist oder Einsatzleiter, der sagt, ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit, der seinen Wasserwerfer abstellt, Schlüssel in den Fluss werft und oder, oder, oder. Weil das, wenn du in der Rolle des Polizisten bist und du hast so einen Wasserwerfer, bist mit Hooligans und was weiß ich alles gewohnt und Konfrontation, dann hast du eine Legitimation dafür, dieses gewalttätige Instrument anzuwenden. Aber wenn du siehst, die stehen immer noch da und die prügeln nicht zurück, dann zerstört das die Legitimation deines Handelns. Und dann musst du dich wieder neu fragen. Und das ist einfach, das ist der Spiegel der Gewaltlosigkeit, den du hinhältst oder eben des guten Handelns. Ja, ich würde nochmal einen Schritt auf die Sprache zugehen. Das Wort Schlafschafe wird ja in den alternativen Medien immer benutzt und da ist für mich auch Gewalt drin. Also ein Stück Gewalt, indem ich mich über den anderen erhebe und ihm bestimmte Erkenntnismöglichkeiten oder sonst was abspreche, für mich ist das auch schon Gewalt. Natürlich, das was wir vorhin sagten, die Gewalt beginnt bei der Entmenschlichung. Wenn man Reden hört von Urvölkern, von Indianern oder anderen Ureinwohnern, die reden von uns als die jüngeren Brüder. Wie Kayapo. Also nicht die Schlafschafe, sondern die jüngeren Brüder. Ah, die Kogi. Die Kogi. Also du bist mein Bruder, aber du bist der jüngere Bruder. Und das ist nicht eine Abwertung, sondern eher eine, ich erkenne dich an als Teil meiner Familie. Ja. Du bist mein Bruder. Das ist ja auch in Familiensystemen eigentlich eine Ehre, sozusagen dich in den Bruderstatus zu ziehen. Und wenn ich aber sage schlafscharf, dann erhebe ich mich über den anderen, ganz klar. Ja, also das meine ich, dass die Arroganz da, also wirklich Wurzeln schlägt und früchte, wie man auf unsere Mitgeschwister schaut, die noch von Angst behaftet oder ihrer Angst, wobei ja unter denen, die andere Schlafschafe nennen, ja im Prinzip die gleiche Angst, also die Frequenz der Angst herrscht, ne, Massenimpfung, Zwangsimpfung und, 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 das ist, Angst ist Angst. Ob ich nun vor Corona oder bei der Impfung Angst habe oder vor absoluter Kontrolle, ist scheißegal, es ist Angst. Und ich erhebe mich und forme wieder eine Form von Ego, weil ich bin besser als du und damit wieder eine Verfestigung und ich trenne mich wieder von dem Angst. Ja, aber das ist tatsächlich, ich merke das, ich habe einen jungen Facebook-Freund, der immer ordentlich Kontra gibt im Sinne der, sagen wir mal, MSM, Mainstream-Medien. Ja, und trotzdem gebe ich nicht auf, ja, mit ihm im Gespräch zu sein, neulich haben wir auch mal, ist schon mal wieder lange her, miteinander telefoniert, aber bei den anderen Kommentaren, da ist, und auch, ich nehme mich da nicht aus, zwischendurch habe ich mich auch da hinreißen lassen, sozusagen mich über ihn zu erheben und da merke ich, nee, das will ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und wir wissen bei dem Gegenüber niemals, durch was er im Leben gegangen ist, durch welche Erfahrungen er gegangen ist, die ihn so haben werden lassen, wie er jetzt ist. Und, dass er sich nicht mehr spüren kann. Was auch immer, wir sind, wie heißt das, bevor du über einen Menschen urteilst, lauf zwei Meilen in seinen Mokassins. Also hör auf mit dem Urteil, also Urteilen ist ja schon eine Form von Gewalt. Jegliche Plakatisierung, wie nennt man das, Benennung oder Betitelung, ist eigentlich schon eine Form von Gewalt, weil ich den Menschen entmenschliche, einen Stempel aufdrücke. Also da wirklich an unsere eigene Nase fassen, wie schnell wir in dieses, in das andere. Ja, ja, also wie du das sagst vorhin, also in dieser schmale Grat. Der schmale Grat, genau. Ja, der schmale Grat aus der Polarität und vor allen Dingen aus, in dem Sinne jetzt, wirklich auch Dualität, ja, gut gegen böse, also was von da in Amerika gerade, was so hochstilisiert wird, aus der Dualität heraus gehen und den Weg der Güte mit uns selbst und wenn wir es uns selbst. Und mit dem Anderen. Genau, erst wenn wir es wirklich selbst uns gegenüber die Güte haben walten lassen oder leben lassen, können wir ehrlich dem Anderen begegnen. Ja, das ist so eine Selbstaufforderung. Schöne Selbstaufforderung. Ja, und noch wachsamer zu sein. Noch wachsamer zu sein. Weil da Gewalt in der Sprache schon anfängt. Ja, und alle Scharfmacher sozusagen, Scharfmacher, nicht Scharfmacher, sondern Scharfmacher, ja, wir müssen, das bringt nichts mit friedlichen Demonstrationen, doch, das bringt was. Die reine Präsenz von den Menschen, oder frag mal die, die da waren, was es mit ihnen gemacht hat, wie die nach Hause gegangen sind. Was die wieder zu Hause erzählt haben. Die haben dann Fotos gezeigt. Was, das war aber gar nicht in der Zeitung. Du strahlst ja so, ja, ich war auf der Demo. Weißt du, du warst bei den Nazis? Ja. Nein, ich war nicht bei den Nazis. Die Nazis waren dort. Das war eine ganz andere Geschichte. Das ist ja der Frieden, die Friedfertigkeit ist ein Funke, der sich ganz anders verbreitet als die hochgekochten Emotionen der Zeitung. Ja. Das ist generell, wenn du eine Zeitung rausbringen würdest, die sagen würde, jeden Tag, es ist alles gut heute, die Sonne scheint, es ist Licht und es ist Liebe. Hat sie die Fülle schon gehört. Ja, genau. Die würde sich nicht verkaufen. Sondern da muss immer skandalisiert werden. Da muss immer ein Aufreger dabei sein. Ja. Damit irgendwelche Emotionen getriggert werden, dass die Leute die Zeitung kaufen. Aber das ist Mediengeschäft. Und das erschafft aber eben auch eine Realität. Stell dir eine Gesellschaft vor, wo für zwei Wochen, wir haben jetzt Papiermangel oder Stromausfall, für zwei Wochen können die Zeitungen nicht mehr drucken, die Radios nicht mehr senden, die Fernseher nicht mehr senden, das Internet geht nicht mehr. Was für eine friedliche Welt. Niemand hetzt den anderen mehr auf. Ja. Ja. Wie geil wäre das? Wie in dem Film mit Moritz Bleibtreu, der ein Fernseher lügt. Fri Reiner heißt der. Fri Reiner heißt der. Fri? Fri Reiner. Reiner. Okay. Das kann ich sehr empfehlen. Okay. Fri Reiner. Und Reiner ist der Fernseher? Nee, der ein Fernseher-Moderator. Ach so. Der irgendwann bei der 20. Talkshow sagt, ich halte das nicht mehr aus und dann aussteigt. Ja. Dann geht er auf die Suche, warum das Fernsehen so ist, wie es ist und kommt dann eben auf das Quotenzählsystem und dann hacken sie sich in das Quotenzählsystem ein, so eine Zehnergruppe und dann sitzen sie vorm TV-Programm und sagen, die Natur-Doku, die heben wir jetzt mal hoch. Und die ganzen Gewaltfilme, die schreiben sie runter im Computer und dann kommen die Einschaltquoten und die Zeitung steht da. Eine seltsame Verwandlung, das Volk schaut plötzlich Natur-Dokus und dann zeigen sie, wie sich die ganze Gesellschaft verändert, wenn das Fernsehen anders ist. Also wie abhängig wir sind eben auch von der Realität, die uns durch diese Klotze da geliefert wird. In Form bringen wir uns. Ja, in Form bringen. Also bringen wir uns selber in Form? Deswegen machen wir ja Angebote wie dieses, um eine andere Sicht zu bringen. Um zu sagen, es gibt eine formende positive Kraft. Ja. Und es bringt etwas, aus dem Herzen zu leben. Es bringt etwas, das Herz in die Welt zu tragen und das Herz zu zeigen. Und vor allem, Mensch zu sein und menschlich zu sein. Und das berührt andere Menschen, fordert andere heraus, wieder in ihre Menschlichkeit zu gehen und die Menschlichkeit zu leben. Die Güterkraft. Die Güterkraft. Ich danke dir, Andreas, für dieses spannende Gespräch. Wieder einmal für mich ein wunderbares Gemälde an Gedanken, den wir einfach nochmal zurückspulen. Ja. Zurückspulen. Und was hat er denn gesagt? Doch, 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 das werde ich tun. Ich danke dir. Vielmals. Und auf bald. Auf bald. Genau. Ja, ihr Lieben, Güterkraft entwickeln. Als eine eigene Kraft. Andere können sagen Liebe, aber Liebe ist so dahergesagt, Güterkraft. Euch selbst gegenüber und dann allen anderen Wesen auf dieser Erde. Ob Mensch, Tier, Baum, Pilz, wie auch immer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei NeuHorizonteTV und vor allen Dingen Horizonte des Herzens und sage Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020